Ich muss noch zwei PDAs gucken. Schreibe, Squad! Mehr Signaturen haben. Meine sind aktiviert. Was ist in dieser Infirmary? Ich bin nicht sicher, ob ich es wissen will. Aber grab all die Medkits, die ihr gefunden habt. Ihr könnt nie zu sicher sein. Hier ist eine. Sie wollen das wirklich geöffnet. Ich habe dich in meinen Augen. Tango, runter! Jetzt! Hey, ich habe etwas gefunden. Es sieht aus wie ein Datapad. Mal sehen, was drin ist. Neue Datapads. Amnestyngeneratodokument von Robert V. Reeb. Kreptdörter entdeckt. Null. Patient ist gesund. Herr Dr. Aranda. An Einsatzbehörde des Farausturm-Konflikt- äh, Kontaktliste. Guten Morgen. Ich kann die Erleichterung berichten, dass unser Problem mit dem Plündernetzwerk aus der Gewerkschaft wurde ohne die Hilfe von Sicherheitsoffizier Elias Drake. Blablabla. Wäre das niemals möglich gewesen. Mir ist bewusst, dass er in der Vergangenheit mehrmals und dienstlich verwarnt wurde. Aber ich möchte Ihnen jetzt trotzdem für eine offizielle Belobung vorschlagen. Lassen Sie mich bitte wissen, was wir davon halten. Okay. Elias Drake klingt zumindest, wenn das ein Überlebender ist, dass das vernünftig ist. Kein Offizier Miles Torren, eines Behörde Farausturms. Farausturm, ich hoffe, dass ihr Ihre Nachricht verdammt nochmal lest. Es gibt immer noch Überlebende in Sigma 12. Wir haben uns die Gebäude im Sektorkarte eingebunkert, südlich des Generators. Die Tür ist verschweißt und die Eingestellten sind in guter Verfassung. Wir haben genug zu essen für ein paar Tage und wir haben Waffen, falls es zum Äußersten kommen sollte. Wir haben alle verdammten Notfallpläne bis ins Klasse der halbe Völk. Schön ist endlich ein Landungsschiff. Meine nächste Nachricht geht an die Presse. Ich flehe euch an, rettet uns. Wir haben uns im Gebäude der Sektork... Sektorenkeil angeboten. Ja, offensichtlich in dem Raum, wo ich den Xen auf dem Tisch gefunden habe. Bip, bip, bip. Come on, Team! Toll, jetzt habe ich so viele Medkits und kann sie nicht benutzen. Komme ich in diesen Raum irgendwie rein? Bestenfalls hier hinten durch. So, was haben wir hier noch? Hier unten ist noch ein Gang. Das heißt, da könnte ich noch in den Raum kommen. Da ist etwas rum. Es gibt mehr Signaturen. Affirmative. Planting Mine. Watch your feet. Mine ist aktiviert. Move! Move! Okay, da geht an der Tür vorbei. Kommen, Team! Got you in my sights. Tango, Dad! Tsch, es ist eine! Wir haben eine unserer Minden geöffnet. Jetzt! Hey, ich habe etwas gefunden. Es sieht aus wie ein Datapad. Die Minden sind aktiviert. Das Feuerwehrleuchsystem fällt auseinander und wir haben Stromausfall auf dem gesamten Gelände. Von den seltsamen Schlacke in den unteren Stockwerken gar nicht erst zu sprechen. Ich habe eine Probe zum Fahrersturm schicken lassen zur Analyse. Aber was auch immer es ist, ich bin mir verdammt sicher, dass das da nicht sein sollte. Ich will, dass es verschwindet. Verstanden? Und das gesamte Areal schleun dir auf Vordermann. Im Moment ist es eine Todeswelle. Bevor ich in den Arsch trete. Sonst können wir uns beide darauf gefasst machen, dass Price uns feuert. Leg mich doch am Arsch. Das ist die Armourie. Du musst die Tür nicht verletzen. Du musst den Anwalt anbauen. Du musst die Anwalt anbauen. Du hast die Anwalt anbauen, Leute. Ich brauche dich sicher. Ich habe mehrere Signale. Um zufrieden zu werden. Um zufrieden zu werden. Um zufrieden zu werden. Hör auf. Mein Fahrrad kommt. Kommt, Team. Im Arm an meiner Truppe geht es gut. Abhängig davon, dass ich einen Überfluss an Medikamenten habe. Wie geht das alles eigentlich? Und die kann ich mit Sicherheit auch noch bald wieder verwenden. Bevor ich irgendwas neues aufsammle. Hoffe ich jedenfalls. Ansonsten lasse ich mal was für den nächsten Durchgang da. Öffne die Tür öffnen. Börse das Welle. Sie sind nicht mit der Tür. Die Tür öffnen. Sie sind nicht mit dem Anbauen! Wir werden, wenn Sie Ihre Namen sagen. Robert! Mein Name ist Robert. Wait, er hat er das Mann zu töten? Wie bist du, Robert? Anbauen, nein! Ich hatte es. Der Kreatur hat ihn verletzt. Wir haben keinen Fehler, was er gemacht hat? Robert hat für seine Arbeit als leitender Konstrukteur für Mitarbeiter des Monders gewählt. Robert Medizinisch untersuchte, dass es ihm keinen Fremdwerber gab. Oh, ja. Hier ist einer. Ja, das ist das eigentliche Mist. Also gehe ich mir eben den Hangar angucken. Noch irgendwo Fragezeichen, die rumliegen? Ich glaube im Augenblick nicht. Das war nicht so schön. Ich bin zu nah dran. Ich hätte mich zurückziehen können. Okay, watch your feet. Incoming. Wir haben den Hangar. Too bad, diese Sinks gefunden. Ja, nicht mit mir. Ich bin. Ja, ich bin. 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 Ja. Neron hat den höchsten Stress, dann nimmst du mal eben so ein Ding. Ihr seht gerade, ich habe sogar immer noch die Raketenfertigkeit von dem Landungsschiff. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Okay, das war nicht so schön. Ich bin jetzt nicht damit gerechnet, dass alle automatisch aktiv werden dadurch. Schönes Ding. Warum sie die Mini nicht ausgelöst haben, irritiert mich gerade ein bisschen. Drone spotted. Ah, shit. Okay, das ist eine Menge Zeug. Hier liegen jetzt noch ein paar Eier rum. Gut, das scheinen alle Eier gewesen zu sein und keine Jagd. Ah, doch, gejagt. Okay. 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 Let's see what's inside. Let's see what's inside. Let's see what's inside. Schön. Schön, die Mini hat gezündet. Okay. Das ist mittlerweile relativ hoch. Das ist mittlerweile relativ hoch. Move on. They lost your track squad. Good job. Dann aber braucht die Geschütze nicht mal. gut, ob er mal eben den einen Tech und runter ist. Wie, kann mich hier drin nicht ausruhen? Das ist doch eine Verarschung jetzt. Na gut, machen wir das anders. So, hier waren noch Türen, die wollte ich noch untersuchen. Okay, das sind wohl irgendwelche Aggregate, Sicherungskasten, keine Ahnung. Sehr schön, wenn die hier in dem Wagen auch entspannen. Aber ich glaube, das war nicht so ein Ding. Du-du-du-du-du-du-du. Ich finde die Überlebenden im Labor und in den Wohnquartieren. Oh, ich sehe eine Tech-Ressource hier unten noch. Die muss ich später holen. Ähm. Und hier ist noch was. Die Tür ist so von innen hackbar. Wahrscheinlich lasse ich auf die Anweise die Karre ran. Ja. 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 Ich hoffe, ich kann einen Schauen. Ich sehe, was drin ist. Geh weiter! Jetzt! Hey! Ich habe etwas gefunden. Es sieht wie ein Datapad. Elements an Clara Mayweather. Ich habe die Proben den von Ihnen angeforderten Test unterzogen. Darf ich fragen, woher diese Proben stammen? In meinen Testgruppen wird bereits kurz und können wir mit Menschen im Gewebe zur Extremreaktion. Das biologische Material in der Proben scheint in der Lage zu sein, eine Absorption durch das Würzgewebe auszulösen und im Anschluss starke Mutationen zu erzeugen. Es ist auf zellularer Ebene parasitär. Sollte die geringste Möglichkeit der Ausbreitung bestehen, muss unversichtlich der Fahrostrom informiert werden. Ja. Achso, da ist das Termine. Genau. Gut, also sehen was da. In der Baustüren gedreht wird. Da ist irgendwo leid. An die lieber auflösen! In der Baustüren! Der Resort sieht gut aus. Ich habe gerade die Verkleinung geschlossen, die nur Paläte angeht. Abfüren die Seiten. Das Endes wurde gemeldet. Vielleicht jemand in der da drin ist? An die kleine unser Schrauben gerät. In der Baustüren. Okay, das ist ein Gang, der hier hinten hinführt. Das ist interessant durchaus. Affirmativ. Hey, ich habe etwas gefunden. Es sieht aus wie ein Datapad. Geh auf. Das wird irgendwann schlimme Folgen haben. Der Einzige, der noch halbwegs bei der Sache ist, ist der Jürgen Reddington. Und selbst der hat mittlerweile mehr Spaß daran, irgendwelche Geschichten über Monster in der Finsternis zu erzählen, als seine Rundgänge zu absolvieren. Achso, der Raum ist das mit den Proben. Okay. Schnell rein. Schnell raus. Roger. Let's see, what's inside. Endlich mal Kisten mit Alien-Zeugs. Easy enough. I hope we can trust these guys, Hayes. Well, you don't turn all your operation around and learn nothing in the process. Look at us for instance. More signals incoming! Move on! Shhh! Respond! Got you in my sight. Yeah! Don't mess with me! That gun is a frickin' lawnmower! Roger. Planting mine, watch your feet. Mine's activated. Access granted. Must be one of the scientists the director mentioned. So yeah, yeah, don't mess with me! Don't dab in room! They got to in room with the line! It's a drone! It's a drone! Hey, what does that put us? Donald? Okay, ich kann dann regeln die Kaufe. Ich weiß nicht, wo ich hier reingerannt bin, irgendwo muss hier eine Drohne gewesen sein, die ich gesehen habe während dieser blöden Sequenz. Copy. Let's see what's inside. Hey, I found something. Looks like a datapad. Safe position taker. Deploying sentry gun. Okay, das waren nur zwei Viecher, die hier gedingst sind. Also ist hier drinnen kein Zugang geschehen. Okay, das ist glaube ich eine bessere Position. Immerhin das Unterdrückungsfeuer kann ich so belassen. Oh ne, nimm mal lieber eine Pille. Ich hoffe, die brechen nicht durch die Tür hier durch. Da ist etwas herum. Tango, down! Das ist eine unserer Minden. Mehr Signals, in-coming! Lange support required! Tango, all right. Bring him down! Countdown! Reloader! Courier in sight! Well done. Seems like they're coming down. Right now! Get up, sweetie. Back in sentry gun. Fixed. Move on! Die sind wieder weg. Die sind wieder weg. Oder außen. Ach, da hat sie eine Luftkraft. Okay, außen. Affirmative. Let's see what's inside. Hey! Our toys for the good doctor. That's the last one. Good job, Marines. They lost your track, squad. Good job. Hurry up, squad! Ich kann jetzt wieder die Dinger nicht lesen. Ähm... Komm ich in dieses Menü eigentlich rein? Nein, das wollte ich nicht. Move on! Safe position taken! So geht das. So geht das. Was ist denn diese Beferlmann? Ich muss ja herausfinden, ob ich den Leuten trauen kann oder nicht. Der Versuch, den Parasiten zu entfernen, ist fehlgeschlagen. Er hat stark ätzende säurehaltiges Blut. Ich habe die Arbeiten von Liese angesehen, die auf Marlos Forschung beruhen. Einige Pflanzen reagieren auf besonders auf diese säurehaltige Blut. Sie haben offensichtlich einen Nutzung als Botanikerin. Man könnte meinen, dieses Wesen hätte etwas in ihr erweckt. Ich werde ihre Forschung weiter beobachten. Liese, den Namen habe ich in einem der anderen Datapads weiter oben gesehen. Von wegen hier, äh... Sie hat offensichtlich einen guten Beziehung als Botanikerin. Man könnte meinen, diese Wesen hätten etwas in ihr erweckt. Das klingt nicht gut. Leitere Wissenschaftlerkarte und klar, Mayweather. Ich habe die Anwesen der Xenoprom auf der unteren Ebene abgeschlossen und die Ergebnisse sind erstaunlich. Ich muss noch weitere Untersuchungen vornehmen, daher ist es noch zu früh, einiges für die Urteile zu fällen. Aber ich glaube, diese Wesen könnten zu außerordentlichen Durchbrüchen in der Pharma- und Biowaffeindustrie führen. Typisch wenn wir in der Italien. Andere, dass das Potenzial des Biomorphismus ist, damit könnte ich reich werden. Aber ich muss vorsichtig sein. Wenn einer der oberen Wind davon bekommt, was wir schon längst haben, was wir hier haben wird, werden wir in der Italien Ansprüche erheben und dann gehe ich leer aus. Ich muss die Nachrichten irgendwie an ihr vorbei auf anderen Planeten schmuggeln, um den höchsten Bieter zu finden. Wissenschaftliche Mitarbeiterin Alan Vance. Leitmutter an diese Wahl. Ich habe sehr schlecht dafür dabei, was Mayweather uns hier anordnet. Sie behauptet, von diesen seltsamen Proben ging keiner der Gefahr aus, aber das sehe ich anders. Ich fürchte, die gesamte Anlage könnte bereits infiziert sein. Das könnte sogar ein Nebenprodukt des verdammten Amsterengenerators sein. Sie riskieren mit ihrer Geheimdiskriminierung tausend von Leben. Ich wollte eine Warn und einen Fahrsturm absetzen, aber einer von diesen übrigen Schlägern von der Sicherheitsabteilung wollte mich nicht in die Kommunikationsraum lassen. Ich glaube, Mayweather hat hart bestochen. Das bedeutet, dass sie offensichtlich befriedigt. Irgendwie wird sie Geld aus der Sache machen. Als wäre die Lage nicht schon schlimm genug, haben wir jetzt auch noch mit diesen bewaffneten Gaunern von der Sicherheit zu tun, die sich den Anteil der Profite sichern wollen. Das wird böse enden. Falls es zum Schlimmsten kommen sollte, dann trifft mich in den Umkleideraum, werden wir uns schon etwas einfallen lassen. Die klingt vernünftig. Ah shit, ist immer noch was hier noch da draußen. Sehr zuvorkommen von den Belgiern, sich bereit für dich als Probeverfügung zu stellen. So, hier ist ein zu geschweißter Raum, den überprüfen wir mal eben. Ich liebe den Job. Es ist etwas rund. Hier ist dein Sammel. Der Drone ist gespottet. Es hat uns gesehen. Grenade! Lass ihn auf! Gehe den Breder. Schau den Stress, Squad. Ich stelle meine. Schau deine Beine. Schau deine Beine. Schau dich, Squad. Schau die Tür öffn. Öffn auf, Sesame. Und wieder um. Schau dichism und Bloody installed. Will das nicht machen? NFL. Isst geht nicht einmal noch weiter? Für heute First ofこれは